In diesem Video handelt es sich um die tropische Zone. Die tropische Zone liegt oberhalb und unterhalb des Aquators. Diese Länder liegen zwischen dem nördlichen und südlichen Wendekreis. Es ist die heißeste Klimazone der Erde. Die Temperaturenschwankungen liegen zwischen 0 und 40 Grad Celsius. Es gibt täglich Regenschauer und mehr als 2000 mm Niederschlag im Jahr. Es gibt Humide und Aride Monate. Humide bedeutet, wenn der Niederschlag größer ist als die Verdunstung. Aride bedeutet das Gegenteil. Es gibt Tierarten, wie zum Beispiel Reptilien, Raubtiere und Insekten. Das sind die Heilpflanzen, die es dort gibt. Ende Sera Paula Selin